Kann Fischöl Herzprobleme verursachen? Fischöl gilt seit langem als gut für das Herz. In vielen Fällen ist es hervorragend zur Verbeugung von Herzinfarkten geeignet, da es zur Senkung des schlechten Kohlesterins beiträgt, was zu Plak in den Arterien und einer Herzfehlfunktion führen kann. Die im Jahr 2005 gesammelten Erkenntnisse legen jedoch nahe, dass zumindest einige Menschen mit vorbestehenden Herzproblemen kein Fischöl einnehmen sollten und dass es tatsächlich mehr Schaden als nützen könnte. In einer Studie aus dem Jahr 2005 wurden Patienten mit früheren Herzrhythmusstörungen untersucht, um die Vorteile einer regelmäßigen Einnahme von Fischöl zu bewerten. In dieser Studie war der gewünschte Befund, dass Fischöl das Auftreten von Herzrhythmusstörungen verringern und somit ein hervorragendes ergänzendes Instrument zu traditionellen Herzmedikamenten und Behandlungen darstellen würde. In vielen Fällen nahmen abnormale Herzschläge ab. Bei einer Gruppe, nämlich bei denen mit ventrikulärer Tachykardie, traten jedoch tatsächlich mehr Ahydmin auf als bei der Gruppe, die das Placebo einnahm. Obwohl die Wissenschaftler nicht ganz sicher sind, warum dies geschieht, ist klar, dass Fischöl für diejenigen, die zuvor einen Herzinfarkt erlitten haben oder bei denen in der Vergangenheit eine ventrikuläre Tachykardie diagnostiziert wurde, ein größeres Risiko als einen Nutzen darstellen kann. Weitere Studien mit einer Patientenpopulation, die ausschließlich aus Patienten mit ventrikulärer Tachykardie besteht, bestätigen diese Ergebnisse, und jetzt ziehen die Ärzte das Problem der Empfehlung von Fischöl für Patienten mit Herzproblemen zurück, insbesondere wenn diese Probleme tachykardischen Ursprungs sind. Menschen mit ventrikulärer Tachykardie können einen sehr hohen Herzrhythmus aufweisen, der zu Herzinfarkten führen kann. In einigen Fällen kann eine ventrikuläre Tachykardie die Platzierung eines Defibrillators erfordern, um abnormale Rhythmen zu kontrollieren. Selbst wenn eine Person einen Defibrillator platziert hat, sollte er oder sie wahrscheinlich Fischöl vermeiden. Es ist unklar, ob Fischöl jemanden prädisponieren könnte, der letztendlich Arhythmen entwickeln könnte, um sie früher zu bekommen. Wissenschaftler glauben, dass Menschen mit ventrikulärer Tachykardie Öle anders verarbeiten können als andere Menschen, obwohl dieser Mechanismus nicht klar verstanden ist. In den meisten Fällen kann eine tägliche Dosis Fischöl eine gesunde Wahl sein. Allerdings sollten Personen mit Herzrhythmusstörungen oder einer familiären Vorgeschichte von Herzrhythmusstörungen ihre Risiken unbedingt mit einem Arzt besprechen, bevor sie Fischöl einnehmen. Wurzeln 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 Wurzeln